Grüß Gott, liebe Hildegard-Freunde, hier ist Helmut Posch vom Bund der Freunde Hildegards. Ja, und heute kommen wir wahrscheinlich zum bekanntesten Hildegard-Gewürz überhaupt, und zwar zur Galgant-Wurzel. Der Galgant, der gehört in jede Hildegard-Küche und ist mittlerweile ohnehin schon sehr bekannt, nicht nur durch Hildegard von Bingen, sondern einfach auch durch die größere Vielfalt, die in unsere Küche eingezogen ist und auch durch die Tatsache, dass er schon sehr lange zum Beispiel in Curry-Gewürzen ein fixer Bestandteil ist und ohnehin schon immer verwendet wurde. Die Wunderwurzel Galgant ist wohl das bekannteste Mittel und ja, es eignet sich einfach für viele hervorragende Zubereitungen. Zum Würzen von Gemüse, von Fleisch, von Soßen und Fisch und je nach Geschmack kann das Essen mehr oder weniger feurig zubereitet werden. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Galgants entfalten in jedem Fall ihre belebende und stärkende Wirkung. Der echte Galgant, also lateinisch Alpinia officinarum, enthält wertvolle Wirkstoffe, die für die Steigerung der Abwehrkräfte und zur Unterstützung von Herz und Kreislauf verantwortlich sind. Durch seine vitalen Schaffstoffe bereitet Galgant innere Wärme und mobilisiert die körpereigenen Energien. In der Praxis hat die Wurzel ihre zuverlässige Wirkung schon oftmals bestätigt, ob bei Druckgefühl im Herzen, Schwindel, Magendarmkrämpfen oder Erschöpfungs- und Schwächezuständen. Galgant belebt einfach sofort. Wichtig ist die richtige Einnahme. Galgant soll man langsam im Mund zergehen lassen. Nur so ist im Betassfall eine optimale Wirksamkeit gewährleistet. Die Anwendungsgebiete dieses Ingewehrgewächses sind aber noch viel vielfältiger. So verhindern zum Beispiel die ätherischen Öle des Galgants im Darm das Wachstum von krankheitserregenden Bakterien, Pilzen und Viren und daher schützt Galgant auch vor Viruserkrankungen. In diesem Fall werden drei bis vier Messerspitzen Galgantpulver beziehungsweise die entsprechenden Presslinge in einem Glas Wasser aufgelöst und getrunken. Zwei bis drei Anwendungen täglich, die sind da locker ausreichend. Bei Verabreichung an Kinder, da reduziert man einfach die Dosis zum Beispiel auf eine Messerspitze und süßt das scharfe Galgantwasser dann mit Himbeersaft. Zur Stärkung der Abwehrkräfte in der Grippezeit nimmt man zweimal täglich ein Glas Galgantwasser während einer Woche ein. Für eine vorsorgliche Stärkung des Immunsystems vor zum Beispiel Auslandreisen sollte Galgant circa zwei Wochen vor der Abreise regelmäßig eingenommen werden. Zu empfehlen ist natürlich auch die Mitnahme von zum Beispiel Galgant-Bresslingen um direkt vor Ort rasche Hilfe zur Verfügung zu haben. Und da gibt es wirklich schon sehr viele Erfahrungsberichte und Geschichten, die uns von Hildegard-Freunden wieder zugetragen wurden. Da können viele schon wertvolle Berichte wiedergeben. Und abschließend zusammenfassend kann man sagen, Galgant belebt und wirkt sofort, stärkt Herz und Kreislauf, unterstützt die Abwehrkräfte und mobilisiert die körpereigenen Energien. Und nicht zuletzt natürlich ist er ein sehr gutes und geschmackvolles Gewürz in der Küche. Versuchen Sie zum Beispiel ein Gulasch zu bereiten und da einfach den Pfeffergehalt zu reduzieren oder auch den Paprika, der da klassischerweise hineinkommt, zu reduzieren und das Ganze mit Galgant-Pulver dann anzureichern. Je nach Geschmack natürlich, nach Schärfe ist es dann individuell. Ja und ich hoffe, dass hier wieder etwas für Sie dabei gewesen ist. Der eine oder andere Tipp auch für Sie eine Hilfe sein kann. In jedem Falle würde es mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren und auch dann das nächste Mal wieder mit dabei sind. Das war es für heute. Ihr Helmut Posch vom Bund der Freunde Hildegards. Das war es für heute. Vielen Dank.